Hallo, ich bin Tyler Meiser. Ich spiele bei Borussia Dortmund in der U15. Ich wollte euch einfach mal das Nachwuchsleistungszentrum zeigen und ich nehme euch einfach mal mit. Hi, wir sind jetzt vom Jugendhaus. Ich wohne hier insgesamt mit 18 anderen, mit mir sind es 19. Mein Zimmer ist auch da hinten und dann nehme ich euch einfach mal mit. So, kommen wir jetzt zum, sagen wir mal, Lieblingsort von mir. Mein Zimmer. Ich nehme euch mal mit. So sieht das aus von innen. Mal das hier meine Ecke, wo ich einfach abschalte, wo ich einfach mal an Fußball denke, ein Foto von meiner Familie, mein Bett, wo ich die meiste Zeit verbringe und ja, das war mein Zimmer. So, ich bin hier gerade im Jugendstadion. Wir haben die U17 und die U19 ihre Heimspiele und da möchte ich natürlich auch gerne mal spielen. Nun kommen wir zum absoluten Favoriten auf einem Trainingsgelände meiner Meinung nach und zwar ist das der Football Naut. Es macht einfach mega viel Spaß da drin zu spielen. Man lernt auch unglaublich viel, alles rund ums Passspiel herum, Passschärfe, sowas in der Art und das gucken wir uns jetzt mal an. Also die Funktion ist relativ einfach. Da wo es rot aufleuchtet, kommt der Ball raus und ins Grüne muss man den Ball verwandeln am Ende. So, wir sind nun am Kraftraum angekommen. Das ist der Kraftraum der U-Mannschaften, von allen U-Mannschaften. Wir sind hier auch oft drin, aber aktuell ist die U19 drin und würde ich sagen, gehen wir mal rein. So, wir sind jetzt im Kraftraum. Hier kann jeder individuell das trainieren, was er braucht. Auch wir persönlich trainieren mit dem eigenen Körpergewicht. Die U19 schon eher mit Gewichten. Und ja, zeige ich euch jetzt mal. So, jetzt kommen wir zum, ja meiner Meinung nach zweitbesten Ort neben dem Platz und zwar die Kabine. Dort feiert man zusammen, redet zusammen, hat die Ansprachen vor dem Spiel. Ich finde, das ist einfach ein richtig besonderer Ort und das zeige ich euch jetzt mal. So, wir sind jetzt in der Kabine angekommen. Hier verbringen wir sehr viel Zeit. Das sind meine Mannschaftskollegen. Ja, hier bereiten wir uns fürs Training vor und ja, gleich geht's raus auf den Platz. Wir sind jetzt am Trainingsplatz angekommen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich habe euch jetzt schon eine ganze Menge gezeigt. Jetzt muss ich jetzt erstmal wieder was tun und ja, wir sehen uns. Wir sehen uns.